Hallo, Herr Barth, schönen guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen, Frau Mehle. Und es ist wahrhaftig so, Sie können Steine zum Singen bringen. Ja. Bitte schön. Ich habe Ihnen einen mitgebracht. Besonders schön erwartet nur darauf, Gesangstar zu werden. Darf ich was? Ja. Mit dem geht es leider nicht. Nicht? Nein, der kann nur klingen. Na, dann lassen Sie mal klingen.